Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kaido Hakei und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem etwas anderen Detektiv Conan Video. Das Video dient wirklich der Aufklärung. Ich finde es wirklich schön, dass manche Leute von euch die Mühe machen, sich im Internet zu erkundigen und vielleicht das eine oder andere finden, ja, um daraus eine Theorie zu machen und ich bin dann gerne derjenige, der diese Theorie zunichte macht. Als erstes, Grüße gehen wirklich raus an meinen guten Freund Detektiv Conan Experte. Ich küsse deine Augen und ich finde es wirklich schön, ja, dass du dir was rausgesucht hast und in erster Linie sage ich direkt schon mal, es geht dir nicht darum, jemanden zu bashen, sondern es geht dir lediglich darum, zu zeigen, was im Internet möglich ist und was passieren kann, wenn man seine Theorie aufgrund eines Panels aufbaut, was gar nicht real ist. Fangen wir direkt mal an, es hat angefangen mit einem Kommentar, den werde ich euch jetzt einblenden. Er schreibt, ich habe auf Reddit neuerlich eine Manga-Panel gefunden, in dem zwischen den Zeilen impliziert wird, dass Conan und Ai schon miteinander geschlafen haben. Das Chapter steht leider nicht dabei, vielleicht weiß jemand, welches ich meine. Ai unterhält sich mit Ai in der Schule. Conan bekommt das Gespräch aus ein paar Metern Abstand nur so halb mit und glaubt für einen kurzen Moment, dass Ai schwanger wäre. Natürlich nur ein Missverständnis, aber er bekommt kurz Panik. Dann hat er mir einen Link gepostet, aber nicht direkt einen Link, ja, das heißt, wenn du diesen Code kopierst, Google, wirst du einen Treffer finden. Das habe ich gemacht und genau da sind wir jetzt dabei. So, ich habe das eingegeben, ihr seht 1 zu 1 und dann sind wir auf dieses Panel gekommen. Und damals habe ich mir schon dieses Panel angeguckt so ein bisschen mit Max, Grüße gehen raus und uns kam das schon so ein bisschen koscher vor bei der Zeichenstil. Ja, dieser Zeichenstil ist anders. Das heißt, wenn man ein bisschen sich mit Detective Conan auskennt, erkennt man schon, okay, dieser Zeichenstil ist anders. Es gibt ja mehrere Zeichenstile von Gosha. Einmal der ältere, ja, der ganz alte Band 1 bis 40, sage ich jetzt mal, und dann von Band 40 bis 90 ist ja auch ein kompletter Wechsel. Aber keiner dieser Zeichenstile aus dem originalen Manga entspricht diesem hier. Das ist aber jetzt, könnte man sagen, auch nur eine Theorie-These von mir, wobei ich jetzt auch sagen könnte, Leute, guckt euch einfach mal ein Band an, 35 und Band 80, ja, und vergleicht mal das Aussehen von Ayyubara und ganz besonders auch Ayumi mit dem Manga. Und dann werdet ihr schon direkt an diesem Punkt feststellen, ja, der gute Kaito Akai hat recht, das ist einfach nur Luke und Trug. Wie auch immer. Ich habe aber weiter recherchiert und dann dachte ich mir so, okay, One Truth, okay, Reddit, mhm, PG18. Dann habe ich mir ein bisschen weiter gegoogelt und in der Tat, ich bin auf ein Reddit-Profil gekommen, wahrscheinlich genau das, was es ist. Hier haben wir auch den User, 6,8k-Members hat er, ja, 58 Leute sind online. So, und hier schreibt er schon in seine Beschreibung, ja, dass es hier um Detective Conan geht, ja, es geht um Material, es geht um Theorien, was Gosha gemacht hat, aber es geht auch um Fan-Arts. Fan-Arts sind nichts weiter als irgendwelche Fan-Fictions, also Leute beschäftigen sich mit dem Manga, Anime, zum Beispiel jetzt Detective Conan, und schreiben ihren eigenen Stuff rein. Das heißt, es ist Non-Kanon, das beruht auf gar nichts. Das ist einfach ihre eigene Fiktion, ihre eigenen Gedanken, die sie in den echten Manga einfließen lassen. Das heißt also, so in der Art findet das niemals real statt. So, meine Leute, also, haben wir das hier. Ich übersetze mal ganz grob, für die Leute, die vielleicht nicht so bewandert in Englisch sind, ist ja nicht so schlimm, bin ich übrigens auch nicht. Also, Conan, wir gehen davon aus, dass Conan ist. Conan denkt sich so, ja, was, ich kann es kaum glauben, dass Al-Halbera vor mir in der Schule da ist, ja, weil sie immer meistens zu spät kommt, so. Jetzt geht's weiter. Dann sehen wir oben links Al-Halbera mit einem dicken Bauch. Conan fragt sich so, hä, wie ist das denn möglich innerhalb eines Tages? Wir wissen, okay, die Schwangerschaft, die dauert natürlich ein bisschen. Also, das ist nicht innerhalb von einem Tag gemacht, zumal man sonst Anzeichen kriegt. Ja, der Bauch wächst ja nicht innerhalb von einem Tag von gar nichts auf, keine Ahnung, ein Body Mass Index auf, keine Ahnung, 160 oder sowas, ja. Das heißt, es dauert Zeit. Das ist ein homogenes, organisches Wachstum, was ja definitiv in einem Tag nicht gegeben ist, ja. Das heißt, es widerspricht schon mal biologischen Grundsätzen. Auch wenn Detective Conan ein Manga ist oder ein Anime, der so ein bisschen, ich sag mal, so ein paar Science-Fiction-Elemente hat, die nicht real sind, ist der doch relativ real gehalten. Hat er auch gedacht, ja, wie geht das, ja, dass sie schwanger ist in dem Alter? Wir können jetzt nachgoogeln, das könnt ihr gerne machen. Ich weiß es nicht, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Mädchen erst ein Alter erreichen muss, ja. Das variiert aber von Person zu Person, ja, jeder Mensch ist verschieden. Aber in der Regel ist das, glaube ich, so 12 bis 14 Jahre, wo das Mädchen gebärfreudig ist, wo man dann quasi ein Kind gebären kann. Und wir sind ja ein Detektiv Conan, je nachdem, ob wir Manga oder Anime sind, sind wir in der Klasse. Das heißt, Conan, Alhabara, Ayumi sind zwischen 6 und 7 Jahre alt. Das heißt, es ist eine deutliche Abweichung von 5 bis 6 Jahren. Ja, äh, erst mal so weit, so gut. Das ist schon mal biologisch nicht möglich an der Stelle, nicht möglich. Dann geht's weiter. Er denkt sich so, hä, äh, Moment mal, ist es vielleicht, weil wir besonders sind? Darauf ist natürlich eine klare Anspielung, weil beide geschrumpft wurden, ja. Und dann Ayumi, ah, ja, ist ja voll niedlich. Conan ist noch komplett mit seinen Gedanken woanders. Ah, das ist ja eine süße Katze. Alhabara, ja, bumm, bumm, sie ist bestimmt weggelaufen. Ich habe sie einfach mal mit hergebracht. Ich habe sie gefunden. Conan schiebt natürlich Paranoia des Todes und denkt sich, was? Ich muss jetzt, ähm, Kindergeld bezahlen, beziehungsweise Unterhalt bezahlen. Alimente, je nachdem, wie man das auch formulieren will. Dabei hat Alhabara nur eine Katze vorgehoben. So, meine Damen und Herren, aufgrund dessen, was ich jetzt gesagt habe, können wir schon mal davon ausgehen, dass das ein Fanart ist. Guckt einfach mal im Manga-Band 30, 20 oder so nach oder auch im neueren Band und vergleicht die Gesichter, die Arimetik, ja, die Gesichtsaarimetik von Ayumi und Alhabara mit den anderen. Ich blende euch jetzt mal kurz drei Panels ein, ganz kurz und knackig, ja, von meinen Bänden. Ich habe nämlich zu Hause auch mal ein bisschen gesucht. Und da seht ihr, dass hier auf diesem Splash, ja, Art, auf dieser Fanart, wie auch immer, die sehr, sehr dünn sind. Und in Detectiv Conan neigen die Personen eigentlich eher ein bisschen dicker zu sein. Das heißt, sie sind völliger im Gesicht. Sie haben nicht so eine magersüchtige Proportion. Und ganz besonders wichtig ist zum Beispiel auch bei den Älteren, ja. Das musste ja natürlich eine etwas ältere Publikation sein, theoretisch, ja. Und da sind zum Beispiel die Ohren. Die Ohren, die Ohrläppchen sind alles viel größer, ja. Wie gesagt, checkt das mal selbst ab. Guckt im Internet nach irgendwelchen Manga-Panels. Das muss ich euch jetzt hier nicht einbinden. Das ist schon mal eine geile Sache. Zumal wir jetzt auch in dem Sinne sind, wenn ihr euch mal den Text durchlest, ja. Das würde niemals so formuliert werden. Detectiv Conan ist in erster Linie ein Jugendmanga, ja. Shonen Sunday, das ist Shonen Jump, bla bla. Das verhält sich hier in einem Bereich von so zwölf oder zehn oder sechs bis achtzehn Jahre oder sonst was. Das heißt, meine lieben Leute, wir sind hier in einem normalen Anime-Manga, welcher auch ausgestrahlt wird. Ich glaube nicht, dass in irgendwelchen japanischen Mittagssendungen oder sonst was und welche Hentais ausgestrahlt werden. Und das ist hier wirklich eine Verrufung. Das ist Verrucht, das ist Option, das ist anmaßend und das würde schon mal an Detectiv Conan nie passieren, ja. Ich weiß nicht, schickt mir mal ein Panel wirklich aus dem originalen Manga, wo wir hier so, ich sag mal, schon extreme Anspielungen auf sexuelle Praktiken haben, ja. Gerade in einem nicht gebärfähigen Alter, ja. Sechs bis sieben Jahre. Ich glaube nicht, dass die da in Japan, Detektiv Conan da schon irgendwie jetzt da, ihr wisst schon, was ich meine, so, ja. Sex haben. So sprechen wir es mal einfach aus. Hab ich mir da die Kommentare durchgeliehen. Und die sind wirklich der Hammer. Geil einfach, ja. Und, äh, viele Leute sind ja immer noch der Meinung, I, Halbera und Conan können zusammenkommen. Und hier hat mal, äh, einer was reingeschickt. I don't know how you still have hope for the pairing after the Scarlet School Trip Arc. Das heißt also, wie kannst du immer noch Hoffnung haben, dass I und, ähm, Conan zusammenkommen nach dem Scarlet School Trip Arc. Das ist also der Klassenfahrts-Arc. Die sind jetzt offiziell ein Paar. Das ist auch nochmal so ein Argument. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Sache. Damit haben wir also belegt, meine lieben Leute, dass es einfach nur ein Fanart ist. Aber es geht weiter. Äh, Detective ConanXpert hat noch was geschrieben. Und das ist so eine grundsätzliche Sache, die ich hier auch nochmal kurz ansprechen will. Conan und I werden zu 100% ein Paar zum Schluss. Muss ich dazu was sagen? Also, ich bin ja ein Theoretiker in erster Linie. Und viele Theorien von mir sind nicht eingetroffen, ja. Es sind aber auch viele auf der anderen Seite eingetroffen. Aber eine Theorie ist immer im Bereich des Möglichen. Das heißt, man kann sich gar nicht zu 100% sicher sein, wenn es eine Theorie ist. Weil eine Theorie ist immer mit Fakten unterfüttert, aber eine Theorie ist immer noch nicht passiert. Ist noch nicht eingetroffen. Das heißt, du kannst dir nie zu 100% sicher sein, ob es wirklich so ist. Ja? Du kannst eine Theorie machen, wo du sagst, du bist zu 99% sicher oder zu 5%, aber nicht zu 100%. Und wenn du sagst, zu 100% wird das passieren, weil ich glaube, das ist schon auch ein Widerspruch. Weil in dem Kosmos, wenn du sagst, du glaubst an etwas, bist du wieder im Bereich des Möglichen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist also ein Widerspruch in sich. Aber in sich ist die Theorie, abgesehen vom ersten, ganz gut. Ich glaube, Conan wird sich entscheiden, das Gegengift in der letzten Sekunde doch nicht zu nehmen. Um ran nicht zu kränken. Weil glaubt ernsthaft jemand, dass sie Shinichi noch in die Augen sehen kann, wenn sie erfährt, dass der die ganze Zeit bei ihr war. Das ist ein guter Punkt, aber da muss ich auch sagen, du gehst ja jetzt davon aus, in deiner zu 100% bestätigten Theorie, dass sie dann weiß, dass Conan Shinichi ist. Aber wer sagt denn, dass Conan im Endeffekt zu Shinichi wird und ihr dann noch ihr sagt, dass er die ganze Zeit Conan war? Davon gehst du also jetzt schon mal aus. Das ist also schon, das sehen wir schon in den ersten so zwei, drei Sätzen, dass es schon extrem viele Schwankungen gibt. Ja, die sich einfach schon gegenseitig ausschließen. So. Dass er sie in intimsten Momenten beobachtet hat und sie ihm ihre Geheimnisse anvertraut hat, während er ihr ein falsches Leben vorgespielt hat. Das ist ein guter Punkt, ja. Komplett krank wäre das. Ich würde niemals mehr vertrauen können an ihrer Stelle, wenn ich sowas erfahre. Falls ihr die Story überhaupt glaubt. Und wenn Shinichi seine Lüge einfach weiterspielen würde, okay, das ist ein guter Punkt, und so tun würde er, als würde er plötzlich einfach so wieder auftauchen, als wäre nichts gewesen, wäre Ran wahrscheinlich traurig, weil Conan ohne Spur verschwindet. Das ist auch ein guter Punkt. Also, auch kein Happy End für Ran. Ich glaube deshalb, dass Conan für immer klein bleiben wird. Und damit Ran aufhört sich Sorgen zu machen, weil er ein letztes Mal für einen kurzen Moment groß werden, sich verabschieden und dann seinen Tod vortäuschen, damit Ran endlich abschließen kann. Das Gegengriff, das Conan dann noch übrig hat, wird vielleicht Mitsuhiko nehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er und Ran ein süßes Paar abgeben würden. Ei und Conan passen perfekt zusammen. Beide geschrumpft und haben was in der Birne. Okay, gute Punkte auf jeden Fall. Um Gottes willen, ich bin auch der Meinung, entweder wird Shinichi groß, und der wird einfach eine Ausrede finden und sagen, ja, Conan, ich soll dir das von Conan ausrichten, aber er geht jetzt wieder zu seinen Großeltern. Ja, weil es ist ja von vornherein gelegt worden, dass Conan nur, weil seine Großeltern oder Onkel, Tanten, ich weiß es nicht mehr, könnt ihr mal nachgucken in den ersten paar Folgen, bei Kokoran temporär untergebracht ist. Das heißt, es wurde niemals gesagt, hier, Conan ist ein Weiser, bitte übernehmt den immer. Das wäre ein guter Punkt, ja. Oder, ja, das ist eigentlich auch der Einzige, woran ich persönlich glaube. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, wo er gesagt hat, Ai und Conan werden klein bleiben. Als erstes wurde schon mal ein Happy End bestätigt. Ein Happy End wurde für Ranmori bestätigt. Also muss das Happy End in einer Weise was mit Shinichi zu tun haben, weil es im Endeffekt um eine Liebe geht. Und wir wissen, der erste Kinofilm ist Kanon. Das heißt, der Elektiv Conan, Gosho Aoyama in dem Fall, hat von vornherein gar nicht so gerechnet, dass der Elektiv Conan so populär wird. Das heißt, der hat sein Ende schon relativ schnell festgemacht, ja. Und ich glaube nicht, dass er das Ende immer schnell variabel endet. Das heißt, was haben wir denn in der ersten Folge gesehen? Wir haben direkt die Romance, die Liebesbeziehung von Shinichi und Ran gesehen. Also warum sollte das jetzt kein Happy End sein, wenn Shinichi und Ran zusammenkommen? Darum geht's doch, ja. Auch wenn das Elektiv Conan ist, hat doch Ran eine viel größere Bindung zu Shinichi, weil er Freund ist als zu seinem nicht fleischigen, zum nicht blutsverwandten Bruder, den sie vielleicht so ansieht. So wisst ihr, was ich meine? Das ist schon mal so ein bisschen entkräftet. Und die Sache ist, wo es für gar keine, da gibt's ja wirklich nicht mal, in der Fanfiction gibt's dafür Hinweise, dass Mitsuhiko und Ran zusammenkommen. Wieso sollte Mitsuhiko das Apoptoxin nehmen? Das heißt, die Detective Boys müssten automatisch auch davon wissen. Also die ganze Sache mit dem Apoptoxin und so weiter und so fort, das wird unter Verschluss gehalten. Da gehe ich ziemlich fest davon aus, ja. Das heißt, es wird nicht jeder Ledeck erfahren, dass es ein Apoptoxin gibt, was Leute geschrumpft hat und getötet hat. Das wird definitiv unter Verschluss bleiben. Ja, das wissen ja im Endeffekt jetzt grob eigentlich nur ein paar Leute, beziehungsweise so geheime Organisationen. Warum sollten das dann irgendwelche Schüler erfahren? Gerade die Detective Boys. Das wäre ein viel zu großes Sicherheitsrisiko. Erstmal dazu. Und bitte, gib mir mal einen Grund, einen Punkt, dass Mitsuhiko und Ran zusammenpassen. Gab es mal eine sexuelle Spannung zwischen den beiden oder irgendwas? Nein. Also, wenn, dann wäre ich eher dabei, dass Mitsuhiko und Ai zusammenkommen, wobei ich daran auch nicht glaube, aber dafür gibt's mehr Hints als dazu. Wie gesagt, meine lieben Leute, Detective Connect, ich feier dich. Ich feier dich dafür, dass du dich so mit der Thematik auseinandergesetzt hast, dass du ein Panel gefunden hast, aber ich glaube, in den paar Minuten konnte ich dir definitiv widerlegen, auch mit beweisen, dass es sich hierbei um ein Fanart handelt. Das heißt, die Person hat das hier exakt gezeichnet. Das hat sie frei gemacht. Krass auf jeden Fall. Props an der Stelle, dass Leute in der Lage sind, so krass zu zeichnen, das zu machen. Ja, aber vergleicht einfach mal den Zeichenstil. Ja, wir wissen, hier steht sogar, dass das ein Fanart ist. Also, ähm, ja. Der Text ist auf jeden Fall definitiv auch nicht Conan relevant. Da gab's noch nie ansatzweise sowas anmaßendes, opzionis und verruchtes in Detective Conan. Und ich denke mal, dabei können wir's lassen. Was ich aber jedoch gut finde, das möchte ich nochmal betonen. Nicht, dass ihr im Endeffekt nur denkt, ah, der hatet doch nur. Es sind coole Ansätze dabei in der Theorie. Aber wie gesagt, seid vorsichtig mit den Sachen, wie ihr es formuliert. Ja, ihr könnt nicht was zu 100% behaupten, was noch gar nicht feststeht. So. Ich hoffe, dieses Video euch mal gefallen. Das war mein Video der anderen Art. Ich nenne es das Aufklärungsvideo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr auch mal so ein krasses Panel findet, schickt's mir das gerne. Ich kann dazu auf jeden Fall ein Video machen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.